Herzlich Willkommen bei EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei EchtgeldTV, Politbeben in der Welt. Politbeben in der Welt bedeutet am 6.11. um 20.43 Uhr, dass sich Christian und ich heute mit der US-Wahl beschäftigen, wo das passiert ist, was aus deutscher Mediensicht eigentlich gar nicht möglich erschien, aber man die Rechnung ohne die Amerikaner gemacht hat, die sich sehr eindeutig für Donald Trump als 47. Präsidenten ausgesprochen haben. Und ein Kernmantra, wofür Donald Trump in seiner Fernsehshow The Apprentice berühmt geworden ist, dieses Zitat, die you are fired, hat um 20.40 Uhr in etwa offensichtlich Olaf Scholz zu Christian Lindner gesagt und ihn als Finanzminister entlassen. Und naja, wenn ihr diese Sendung am Freitag seht, dann werdet ihr schon viel mehr Klarheit haben, als wir in diesen Minuten. Und von daher wollen wir gar nicht so lange auf das Ampel aus, was jetzt auch noch bevorsteht, eingehen, sondern wollen uns vor allen Dingen mit der US-Präsidentschaftswahl beschäftigen, Christian. Denn da ist ja etwas passiert, wo ich sage, wir haben also jetzt wieder unseren permanent lügenden, rassistischen, sexistischen, 34-fach verurteilten und nicht unbedingt demokratiefreundlichen Präsident-Elect Donald Trump. Aber bei allem Negativen, was ich jetzt mal so reingebracht habe, wir haben auf der anderen Seite etwas, was wir auch positiv sehen müssen. Wir haben ein extrem klares Ergebnis. Es sieht danach aus, als ob alle drei Institutionen, also das Weiße Haus, das Präsidentenamt, der Senat und auch das Repräsentantenhaus in Hand der Partei sind, die früher mal für den Begriff Republikaner bekannt geworden sind, die für national stolz und nicht für Nationalismus standen. Und wie viel davon übrig geblieben ist, werden wir in den nächsten vier Jahren höchstwahrscheinlich sehen. Und das Positive ist, dass regiert werden kann. Aus meiner Sicht der Nachteil, dass von Trump regiert wird. Und ja, wie beurteilst du die Lage in den USA und wie hast du diese Nacht auch erlebt? Naja, ich habe die Nacht so erlebt, wie man es mir ansieht. Nämlich wachen Auges vor dem Fernseher. Natürlich mit CNN. Ich bin ja großer Fan seit vielen Jahren von John King. Und der Magic Wall, der dann den langen Path to 270 erklärt, den Weg bis zu diesen 270 Wahlmännern. Ja, seit zwei Uhr habe ich es mir angeguckt und der Weg war ja dann doch gar nicht so lang. So gegen fünf Uhr hatte man dann doch den Eindruck, ja, das entwickelt sich in Richtung Trump. Und das Ergebnis, was wir dann gesehen haben, auch die Staaten, die er einfach umgedreht hat, die Biden 2020 gewonnen hatte. Das kann man eigentlich nur mit dem kommentieren, womit John McCain 2008 nach seiner Niederlage gegen Barack Obama diese legendäre Concession Speech eingeleitet hat. The people have spoken and they've spoken clearly. Also wenn ich das in der Financial Times heute richtig gesehen habe, nach dem Stand der Auszählung, ist es Trump überall, außer in Washington DC und einem weiteren kleinen Bundesstaat gelungen, das Ergebnis von 2020 zu verbessern. Und das ist etwas, was auch niemand für möglich gehalten hätte. Ebenso, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach ihm gelingt, das Popular Vote zu gewinnen. Also, dass er nicht nur die Mehrheit der Wahlmänner hat im Electoral College, das ist ja relevant dafür, dass er Präsident wird, sondern auch diese, naja, wahlrechtlich, inhaltlich irrelevante Mehrheit der Stimmen. Was aber natürlich trotzdem ein wichtiges Signal ist, weil er sagen kann, ich kann mich nicht nur auf die Macht meines Präsidentenamts durch das Electoral College stürzen, sondern ich habe auch noch die Mehrheit im Senat für meine Partei, höchstwahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus und dann aber auch noch das kombiniert mit der Mehrheit der Wähler, die hinter ihm stehen. Das ist, egal wie man inhaltlich zu Trump steht und persönlich, ein sehr, sehr starkes Mandat, was ihm auch die Möglichkeit gibt, jetzt, ich sage mal, durchzuregieren. Insbesondere schon ganz am Anfang die Neubesetzung der Positionen in der Administration sehr schnell und geräuschlos durchzuführen, weil bei über 1000 Stellen muss ja der Senat mitstimmen. Ja, und wenn du im Senat eine Mehrheit hast, die ja doch mit drei zusätzlichen Senatoren jetzt dann komfortabel wird, wird das einfach schnell und geräuschlos gehen. Und anders als 2016 ist man ja auch vorbereitet auf die Machtübernahme. Sprich, man hat auch Leute, die im Fall des Falles jetzt dann da eingesetzt werden können. Und ansonsten sollte man nochmal, ich habe das heute Morgen schon bei der Börse Stuttgart mit dem Holger Graf zusammen auch nochmal auseinanderklamüsert, erwähnen, dass die Checks and Balances ja trotzdem weiterhin aktiv sind und dass die Demokraten weiterhin mitreden, wenn es um Kompromisse geht. Denn es braucht für viele Gesetzgebungsvorhaben nicht nur die Mehrheit im Senat, sondern 60 Senatoren. Und die 60 Senatoren werden die Republikaner nicht selber aufstehen können. Also sie werden in der wichtigen Parlamentskammer weiterhin den einen oder anderen Kompromiss schmieden müssen. Aber das wird natürlich anders aussehen als bislang. Und er hat ein sehr, sehr starkes Mandat für alle Teile seiner Agenda. Und da muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch etwas, was in der amerikanischen Demokratie, die ihre Schwächen hat, genauso wie im Übrigen auch unsere Demokratie ihre Schwächen hat, immer der Vorteil, dass man eben auch über Parteigrenzen mitunter hinaus Mehrheiten sucht, Mehrheiten findet. In bestimmten Bereichen geht es jetzt ein bisschen einfacher. Und wir werden hier jetzt nicht weiter auf Project 2025 eingehen können, weil wir nicht wissen, wie es umgesetzt wird. Wir werden auch nicht vertiefen können, wie jetzt auf einmal die ganzen Behörden mit treuen, folgsamen, mager Soldaten bestückt werden. All das ist Spekulation. Und da haben wir dann im Januar, Februar und März auch noch genug Zeit, das in irgendeiner Form zu beobachten. Wir haben jetzt aber zumindest eine Situation, wo die politische Ausgangslage erstmal sehr, sehr eindeutig definiert ist, wo in den kommenden Wochen und Monaten keine Auseinandersetzungen darüber stattfinden werden, ob diese Wahl in irgendeiner Form gestohlen ist, ob es ein Klau einer Präsidentschaft ist. Das wird alles nicht stattfinden. Und zumindest das ist dann auch im Sinne von Klarheit etwas, was wichtig ist und was hilfreich ist, zumindest für das grundsätzliche Verständnis zur Demokratie. Und was danach in den USA so passiert, naja, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber es ist eben ein extrem klares Urteil. Und bevor wir jetzt dann auch mal auf die wirtschaftlichen Implikationen und Auswirkungen ein bisschen stärker gehen, bringen wir jetzt zumindest dem schon mal unter, den es nie schaden kann, frühzeitig unterzubringen, wenn wir anfangen, über Auswirkungen und über Börse dann auch zu sprechen, nämlich den Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv Ja, dann gucken wir mal, was sich so tut. Denn eine Sache ist ja absehbar. Also wofür Donald Trump steht, sind, und da sind wir jetzt mal gleich bei zwei Sachen, die an der Börse in der Regel ganz gut ankommen, einmal das Thema Deregulierung. Da geht es ja dann darum, dass bestimmte Wirtschaftsansiedlungen ein bisschen besser gehen und zum anderen dann eben auch Steuererleichterung. Also es ist ja im Gespräch, dass die Unternehmenssteuer von 25% auf 15% gesenkt wird. Das sind immerhin Steuereinsparungen auf Unternehmensseite von 40%, was gleichzeitig denn übrigens auch die Gewinne zwar nur um 13% erhöht, aber das eine oder andere an Potenzial bereitet. Denn die Gewinne nachsteuern liegen ja dann, wenn man 100 Euro hat, 25% davon abzieht, nicht bei 75%, sondern bei 85%. Ich sehe, wie das bei dir schon wieder im Kopf rattert. Also die weniger Steuern, wozu das führt, mehr Gewinn. Das Ganze mit irgendeinem KGV-Faktor, zack, und dann kommt am Ende ein S&P-Ziel raus von, na, irgendwas musst du doch ausgerechnet haben. Nee, habe ich nicht, weil ich finde den S&P ohnehin schon überbewertet. Also von daher brauche ich da keine großartigen Ziele zu machen. Aber es ist auf jeden Fall freundlich für die Börse. Na klar, das sehen wir ja auch heute am Wahltag. Also es ist ja nicht so, dass die Börse nicht mit Trump gerechnet hatte. Ich glaube, das muss man in den letzten Wochen sagen, da war die Börse sicherlich auch wesentlich akkurater als viele Demoskopen. Wir erinnern uns an einen Tag vor der Wahl, Ann Seltzer, eine Ikone der amerikanischen Demokratie, haut mal einfach einen raus, dass sie plötzlich sieht, dass Kamala Harris in Iowa führt. Und ich meine, ja, so kann man sich dann halt auch einen ikonischen Namen ruinieren, denn in Iowa steht es dann 55,8 zu 42,6 für Donald Trump. Also da war die Börse realistischer. Wir haben schon die Gewinne gesehen, das wurde schon antizipiert. Und ja, insofern am Wahltag ging es dann noch mal weiter rauf. Goldman Sachs hatte gesagt, der S&P verhandelt würde dann, wenn die Republikaner nicht nur das Weiße Haus erobern, sondern auch gleichzeitig den Senat und das Repräsentantenhaus 3,5 Prozent zulegen. Naja, die waren es dann nicht. Das waren so 2,5, aber trotzdem sehr, sehr starkes Ergebnis. Die Börsenparty in den USA. Deregulierung hast du angesprochen. Ist nicht nur ein Thema für Industrieansiedlung, sondern ist sicherlich auch ein Thema, wo wir über ökologische Deregulierung sprechen. Ja, also selbst in seiner Rede heute Morgen in dieser Siegesansprache, noch bevor man ihm ja den Sieg offiziell zugeschrieben hatte, sagte er ja dann, also er sprach ja über Bobby Kennedy, der ja eigentlich Umweltaktivist ist, jetzt mit ihm sich um Gesundheitsthemen kümmern sollte. Er sagte, Bobby, leave me the oil. Ja, also er will sich ums Öl kümmern. Öl ist Chefsache. Und da ist ganz klar, da wird dieses Motto Drill, Baby Drill, eben nicht nur vor sich her getragen auf dem Banner, sondern da wird es wirklich eine ganze Reihe neuer Genehmigungen geben. Und dann muss man sehen, ob diese Förderung dann nicht am Ende zu einem Überangebot führt. Aber zunächst, heute hat das keinen interessiert, sondern die großen Ölwerte sind weiter gestiegen. Ja, was ein bisschen erstaunlich war, dass erneuerbare Energien erst mal stärker abverkauft wurden. Also das war dann schon in der Vehemenz auch so ein bisschen irritierend, weil man muss ja eins sagen, was man in den letzten Jahren eigentlich sieht, sind immer effizienter werdende Möglichkeiten, Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Und der Opportunismus, die günstigste Energie zu wählen, der ist ja den Republikanern nun auch nicht fremd. Und der wäre ja auch nun wirklich töricht. Und von daher würde ich gar nicht so zwingend darauf setzen, dass die Republikaner oder die ganzen Mager-Strategen jetzt sagen, es wird auf einmal viel, viel stärker auf Öl gesetzt, sondern in dem Moment, wo erneuerbare Energien nachweisen können, dass sie effizienter sind als die ganzen mit der Ölgewinnung und der Raffinierung von Öl einhergehenden Prozesse eben einfach günstiger und schneller und einfacher zu haben sind, wird es da ganz schnell auch eine Orientierung hin zur erneuerbaren Energie gehen. Es geht einfach um Effizienz und es geht um preiswerte Energie. Das wäre übrigens auch mal ein Thema für Deutschland. Ja, also ich denke, man kann ganz klar sagen, Donald Trump wird nicht die Windräder, die in den USA ja schon in Hülle und Fülle laufen, abschalten. Dann hätte man zum Beispiel in Texas ein sehr, sehr ernsthaftes Energieproblem. Ja, also da hat man es ja mehrfach auch mitgekriegt, dass der Windstrom dort wirklich sehr, sehr bedeutsam ist inzwischen. Das gilt für andere Bundesstaaten genauso. Gleichzeitig haben wir halt Produzenten aus den USA im Photovoltaik-Bereich, beispielsweise eine First to Lab, die abverkauft wurden, die aber strategisch vielleicht eher davon profitieren werden, dass die Trump-Regierung versucht, die Energieunabhängigkeit in jedem Bereich darzustellen und ja, dass man eben auch Photovoltaik-Module im Land produziert und dann dort installiert. Was halt kritisch ist, sind alle Projekte, die noch nicht am Netz sind, in die irgendwie noch regulatorisch eingegriffen werden kann. Wenn da irgendwelche Verrechnungspreise, irgendwelche Förderungen, irgendwelche Konzessionen zurückgenommen werden sollten, wofür es ja im Vorfeld der Wahl Anzeichen gibt, dann können diese Kalkulationen nochmal empfindlich durcheinander geraten. Und das haben wir ja auch schon gesehen, damals durch Inflationseffekte, weshalb zum Beispiel eine Orsted aus Dänemark damals sehr stark unter Druck kam. Die hat heute auch wieder 12 Prozent verloren. Auch eine RWE, die ja inzwischen stark im Erneuerbare-Energien-Geschäft in den USA exponiert ist durch die Übernahme der entsprechenden Sparte von Consolidated Edison, hat heute nochmal 5 Prozent verloren. Da muss man sagen, weiterhin ist das Thema Erneuerbare-Energien, abgesehen von diesem kurzen Zwischenhüpfer im Zuge der KI-Revolution, gerade nicht auf der Agenda von Investoren, aber das ist ein klassisch antizyklisches Ding. Ja, was total spannend wird, und das einfach auch deswegen, weil es ein interessantes Wirtschaftsexperiment ist, sind diese ganzen Tarife und Steuern und Zölle, die Trump beabsichtigt, in Richtung chinesischer Importe einzuführen und wo er plant, Produkte damit zu belegen, was da alles passieren wird. Und vor allen Dingen, wo er China dann praktisch für die USA zu einem steuerlichen oder zu einem Staatseinnahme-Profit-Center offensichtlich machen will. Was ich vom Ansatz her zumindest mal ganz interessant finde, was da dann so passieren wird. Das hat jetzt mit dem klassischen amerikanischen Wettbewerbsideal nicht so viel zu tun, aber auf der anderen Seite muss man da eben auch sagen, also so wie bestimmte Sachen da reinkommen, hat es wahrscheinlich auch nicht so viel mit fairem Wettbewerb zu tun. Aber wie siehst du dieses ganze Thema der Zölle, der Tarife und so weiter, Christian? Hast du da schon irgendeine Meinung zu? Ich finde es extrem kritisch. Die Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten, man kann wohl sagen 150, 200 Jahren, ist, dass Zölle relativ schnell eingeführt sind, dass es relativ lange dauert, Zollschranken wieder zu senken und dass tendenziell Freihandel Wohlstand gefördert hat. Also insofern, aus der Perspektive muss man das kritisch sehen. Ganz klar, China spielt ja auch nicht mit fairen Karten. Man muss in irgendeiner Form reagieren. Mir wäre es halt lieber, wenn man einen ordentlichen Handelsdeal hinkriegt, als ein Hochschaukeln von Zöllen. Und Trump macht ja am liebsten Deals. Insofern ist da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht in eine Situation kommt, dass es wirklich einen Handelskrieg gibt, der dann dazu führt, dass Preise in den USA sich signifikant verteuern. Weil dann haben wir inflationäre Effekte. Man muss bei aller Fairness sagen, die Zölle, die er in seiner ersten Amtszeit eingeführt hat, die haben nicht zu inflationären Effekten geführt. Aber das, was er jetzt plant, ist ja deutlich massiver. Also es wird zumindest ein ziemliches Experiment. Allerdings ist das, was du sagtest, er versucht, China durch Zölle zum Profitcenter für die USA und für den Staatshaushalt zu machen. Das ist ja auch dringend erforderlich. Denn diese Steuersenkungen, die er heute in Aussicht gestellt hat, die passen ja nicht zu dem Zweiten, was er direkt davor gesagt hat. We will pay down debt. Also wir werden Schulden zurückzahlen. Das geht nur, wenn du irgendwo hier Einnahmen hast. Das sollen dann Zölle sein. Aber da muss man ja auch sagen, also die Sache mit dem Schuldenrückzahlen, die glaubt man ihm einfach nicht. Da haben die Märkte abgestimmt in den letzten Wochen schon. Seit man stärker an der Börse den Sieg von Trump eingepreist hat, sind nicht nur die Aktien gestiegen, sondern gleichzeitig die Anleihen gefallen. Und wir sehen inzwischen einen Renditeanstieg in den letzten sieben Wochen am Rentenmarkt bei den Zehnjährigen von 3,6 Prozent auf 4,45 Prozent. Also machen wir mal 4,5 Prozent draus. 4,5 Prozent jetzt auf 10-jährige US-Staatsanleihen. Das ist der Satz, um den es geht. Das ist das, was wir sehen. Das ist noch nicht der Hochpunkt. Wir waren mal ganz kurz bei 5. Ich erinnere mich. Vor etwas mehr als einem Jahr Bill Eggman hat das Ding gecallt. Ja, genau. Und da ist also noch ein bisschen Luft. Aber wir wollen ja nicht vergessen, während die Zinsen insgesamt am Markt steigen, ist ja die Notenbank auf der anderen Seite bemüht, die Zinsen nach unten zu drücken. Wir haben also da wirklich eine immense Spannung drin. Die Notenbank kann ja mit die Leitzinsen nur das kurze Ende der Kurve kontrollieren. Aber auch am kurzen Ende haben wir deutlichen Zinsanstieg gesehen. Da sind wir auch bei den Zweijährigen so bei 4,2 Prozent. Auch das ist mehr als vor der Leitzinssenkung der FED. Und das ist natürlich ein ganz klares Misstrauensvotum generell gegen Washington und gegen diese Schuldenpolitik. Nämlich, dass man sagt, also bei 35,5 Billionen US-Dollar Schulden, da wäre es vielleicht ein wenig doch mal an der Zeit, etwas Haushaltsdisziplin an den Tag zu legen. Und nicht dieses Defizit deutlich über 100 Prozent der Wirtschaftsleistung ausufern zu lassen. Doch genau das wird passieren. Es gibt Berechnungen einer überparteilichen Kongressinitiative, dass das Defizit 2028 unter den Prämissen von Trumps Wahlprogramm bei 113 Prozent des Bruttosozialprodukts liegt. Also da sind einige brutale Defizite eingepreist, aber es könnte noch schlimmer kommen. Lass mich mal loslegen mit ein paar schlimmeren Sachen zum Thema Defizit. Denn das war etwas, was ich mal für einen Vortrag im ersten Halbjahr ausgearbeitet hatte, wo ich mir mal die Zahlen ein bisschen zusammengesucht habe aus verschiedenen Quellen. Ich bin sehr froh, dass du bei der Zahl, die du gerade genannt hast, in der Tat auch die Schuldensituation übereinstimmt mit der Zahl, die ich hier habe. Nämlich in der Tat diese 35. Bei mir sind es 34,5, aber es ist ja auch ein halbes Jahr vergangen. Jaja, das war jetzt die Zahl vom Ende September. Also muss man auch nochmal sagen, 35,5, das ist so 11 Nvidia, oder? Ja. 10, es sind nur noch 10. Es sind nur noch 10. Ah, es sind nur noch 10. Nvidia steht jetzt bei 3,5 Billionen. Also nur noch 10 Nvidia-Staatsverschuldungen in den USA. Hey, what's up? Und das ist schon so ein Ding. Ich meine, jetzt muss man mal sagen, also ob es jetzt, ich habe ja hier eben diese 34,5 vor mir zu stehen, diese 34,5 Billionen US-Dollar. Und ich finde ja immer ganz spannend, dass es dann immer ins Verhältnis gesetzt wird zum Bruttosozialprodukt. Und ich habe mir mal was anderes angeguckt, nämlich wie hoch eigentlich die Staatseinnahmen sind und wie hoch die Staatsausgaben sind. Und wenn man sich diese beiden Sachen anguckt, dann kommt man eben auch bei Einnahmen auf 8,2 Billionen, 8,3 Billionen, wenn ich korrekt runde. Das ist ja schon mal ganz schön. Aber man hat eben dummerweise 9,2 Billionen an Ausgaben. Also hat ein Defizit von beachtlichen, hier ist die Zahl dann ein bisschen präziser, 940 Milliarden US-Dollar in einem Jahr, die man mehr ausgibt als einnimmt. Und damit hat man bezogen auf die Staatseinnahmen ein Defizit von 11,4%. Also stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Nettogehalt von irgendwie 2.500 Euro im Monat und gebt jeden Monat 2.800 Euro aus. So in etwa machen das die USA. Und das ist natürlich etwas, was nicht so richtig funktioniert. Und das Problem, was Christian im Grunde genommen auch mit den 35 Billionen mal ganz salopp in den Raum gestellt hat, wenn man 35 Billionen an Schulden hat, ich habe es hier mit den 34,5 gerechnet, dann hat man bei 4,5%, wo wir jetzt wieder angekommen sind, wenn man sich vorstellt, die gesamte Staatsschuld wird jetzt mal auf 10 Jahre finanziert und zwar zu 4,5%, hat man 1,5 Billionen Dollar pro Jahr an Zinsbelastung, was ein nicht ganz unerheblicher Anteil der staatlichen Einnahmen sind und damit natürlich auch wieder den Spielraum einhängt. Also, lange Rede mit vielen sehr, sehr großen Zahlen. Kurzer Sinn, mir ist absolut schleierhaft, Christian, wie die Nummer mit Steuererhöhungen zu einem Debt-Down-Payment führen soll. Keine Steuererhöhung. Es gibt ja eben keine Steuererhöhung, sondern es gibt Steuersenkungen. Er möchte... Weiß ich ja. Also, wir sehen steigende Zinsen, wir sehen Steuersenkungen, wir sehen zumindest die Ankündigung, Schulden abzubauen. Naja, also das funktioniert nur, wenn das Steueraufkommen strukturell steigt, weil die Wirtschaft so viel größer wird, so sehr brummt, dass man dann von dem größeren Kuchen trotz eines kleineren Satzes mehr bekommt. Also, es ist zumindest ambitioniert. Wir wollen aber jetzt auch nicht ganz so dieses Moll-Lied anstimmen. Ja, denn man darf ja auch... Die Schuldensituation müssen wir aber schon deutlich thematisieren. Ja, über die Schuldensituation, die haben wir ja jetzt auch deutlich thematisiert. Aber wenn du rein an diesen Zahlen hängst, dann musst du auch sagen, hey, Japan ist immer noch nicht pleite und fährt deutlich höhere Schuldenquoten und das schon sehr lange. Es ist eben nicht nur relevant, wie hoch man verschuldet ist, sondern auch wo. Warum kann Japan sich das leisten? Weil sie zu einem großen Teil bei ihren eigenen Bürgern verschuldet sind. Und da sehen wir auch eine interessante Entwicklung in den USA. Da waren ja lange Zeit die großen Gläubiger, ausländische Zentralbanken, insbesondere asiatische, japaner, chinesen. Deren Anteil ist über die letzten Jahre am Outstanding der US-Staatsanleihen deutlich zurückgegangen. Während gleichzeitig private Haushalte und Money Market Funds, also Geldmarktfonds, gerade nach der Zinswende beherzt zugegriffen haben. Das heißt, die Inlandsverschuldung der Amerikaner hat zugenommen. Und dann haben wir ja da zum Beispiel einen Großgläubiger, über den wir bei der Gelegenheit auch sprechen sollten. Denn da gibt es ja eine der größten Firmen im S&P 500, die jetzt nach den neuesten Zahlen, wie es immer so schön heißt, 325 Milliarden Dollar auf der hohen Kante hat. Naja, die Rede ist von Berkshire Hathaway. Warren Buffett hat das Geld natürlich nicht auf der hohen Kante und er hat es auch nicht im Sparstrumpf. Es wäre ein bisschen viel, sondern ein Großteil ist eben angelegt in kurzfristigen US-Staatsanleihen. Und damit verdient Buffett, also Berkshire Hathaway, beim aktuellen Zinsen über 4 Prozent etwa 35 bis 40 Millionen Dollar am Tag. Ja, und das geschieht eben vor allen Dingen auch dadurch, dass er sich wieder von Aktien getrennt hat. Also er ganz offensichtlich eine weiter zunehmende Skepsis gegenüber dem Aktienmarkt hat, was sich nicht nur dadurch ausgedrückt hat, dass er die Apple-Position nochmal deutlich verkleinert hat, die jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, 26 Prozent des Aktienportfolios oder 7,2 Prozent von der gesamten Marktkapitalisierung in Apple investiert hat, sondern er hat eben auch aufgehört, eigene Aktien von Berkshire Hathaway zurückzukaufen, obwohl sich im Vergleich auch zu dem Operating, zu dem operativen Ergebnis die Lage eigentlich ein bisschen verbessert hat, weil der Faktor, mit dem man, nachdem man die Marktkapitalisierung genommen hat und davon dann mal das Aktienportfolio und die Cash-Position abgezogen hat, da bleiben für die eigenen Giganten quasi ein Wertansatz übrig von rund 380 Milliarden US-Dollar. Und denen stehen 40 Milliarden US-Dollar annualisierter operativer, operatives Ergebnis gegenüber, also von daher weniger als das Zehnfache und das, ja, das ist im Grunde genommen auch ein Preis, der einigermaßen günstig ist, aber er hat offensichtlich gegenüber dem Aktienmarkt eine so große Skepsis, dass er sagt, diese 4 Prozent, diese 4, ja, diese 4 bis 4,5 Prozent, je nachdem, welche Laufzeit er da wählt, die erscheint ihm sinnvoller und für die nächste, für den nächsten Zeitraum eben auch das bessere Investment zu sein. Und wir hatten das ja schon des Öfteren, auch wenn wir uns darüber den Kopf zerbrochen haben für Warren Buffett, wie man denn mal irgendwie diese 200, 250 und jetzt eben 325 Milliarden US-Dollar nicht unters Volk, aber zumindest unter, an der Börse investieren könnte, da gibt es ja dann gar nicht so viel. Also wenn der mal auf die Idee kommt, eine 5-Prozent-Position dieser Kohle zu nehmen, dann reden wir mal eben über 15 Milliarden US-Dollar. Naja gut, also ich meine, er kann mit dem Geld, was er in der Kasse hat, jede europäische Firma außer Novo Nordisk kaufen. Ja, also wenn man rein auf die Marktkapitalisierung schauen und jetzt mal keinen Aufschlag sehen und in Amerika kann er glaube ich zwei Dutzend börsennotierte Firmen nicht kaufen. Ja, alles andere könnte er als die machen, aber darum geht es halt nicht. Er hat ein ganz klares Beuteschema und in das Beuteschema passt momentan halt sehr wenig rein. Nicht mal das, was er im Portfolio hat, da rebalanced er ein bisschen, also dass man so einen Klumpen wie Apple dann auch mal runterfährt und also 26 finde ich auch immer noch ganz ordentlich. da kann man jetzt nicht sagen, oh, da hat er ja kein Exposure mehr, der ist immer noch ganz gut und er hat ja auch noch genügend industrielle Aktivitäten, das darf man ja auch nicht vergessen, das Rückversicherungsgeschäft, die Erstversicherungsgeschäft, die Erstversicherungen, die Eisenbahn, das Energiegeschäft, ja, das spuckt ja auch wiederum Cashflows aus. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt das ganze Geld, was da in den letzten, man muss ja sagen, 15 Jahren akkumuliert wurde, einfach nur daraus entstanden ist, dass man Beteiligungen verkauft hat, sondern da ist auch richtig viel operativer Ertrag mit drin und es ist halt seine Investment-Maxime, wenn er investiert, muss es groß sein und es muss mit geringem Risiko viel Geld verdient werden können. So hat das, glaube ich, in Omaha bei der letzten Hauptversammlung, wenn ich die Berichterstattung richtig verfolgt habe, gesagt und er sieht halt momentan nicht dieses wenig Risiko und viel Geld verdienen können, also diese hohe Margin of Safety bei einer ausreichenden Qualität und deswegen macht er halt nichts. Das weiß man, wenn man bei ihm Aktionär ist, deswegen wegen dieser ganz klaren Attitude, wegen dieses ganz klaren Mindsets ist man auch dort Aktionär. Da braucht man sich dann nicht wundern. Man sollte meiner Ansicht nach aufpassen, immer daraus, wenn Buffett Aktien verkauft, ein Fanal zu machen, dass es jetzt gleich irgendwie crasht und dass er von einem Unternehmen nicht mehr überzeugt ist oder dass Apple jetzt das Beste hinter sich hat. Also er hat 1998 auch McDonald's verkauft, was kurzfristig übrigens eine sehr gute Entscheidung war, weil McDonald's tatsächlich deutlich verloren hat dann. Aber also hätte er jetzt das Cash braucht, das hätte er ja liegen lassen können und bis heute gehabt, dann hätte es besser ausgesehen. Aber trotzdem muss man ja sagen, er hat über die Zeit den S&P 500 Gross Total Return, die letzten 20 Jahre. Wir haben es mehrfach hier in der Sendung gehabt, also inklusive reinvestierter Bruttodividenden. Den kann man ja gar nicht handeln, aber den hat er ziemlich genau abgebildet. Und insofern, ja, ist doch ein gutes Ding, wenn man diese Strategie nicht mag, wenn man ein Unternehmen haben möchte oder ein Portfolio, was immer voll investiert ist, muss man was anders nehmen. Dann kauft man vielleicht einen S&P 500 Index Fonds. Ja, man sollte vielleicht auch noch hervorheben, dass er dieses Thema des Apple-Verkaufs ja im Grunde genommen auch nochmal so ein bisschen ins Schaufenster dadurch gestellt hat, dass er auch nochmal an diese Coca-Cola-Geschichte erinnert hat, wo er aus seiner Sicht eben auch in einer sehr, sehr starken Bewertungsphase es versäumt hat, Coca-Cola zu verkaufen und dann zu günstigeren Preisen wieder zurückzukaufen. Und das scheint da eben bei Apple jetzt in der Situation nicht so unbedingt machen zu wollen und hat sich deswegen eben getrennt. Aber dieses, also dieses Thema, er hat das ja lange Jahre immer so beschrieben, dass er sich einfach sehr, sehr wohl damit fühlt, in Zeiten der Krisen so über 10 oder 20 Milliarden Liquidität zu verfügen. Das war ja dann immer noch irgendwie auch ganz lustig und ganz putzig, weil man dann eben gesagt hat, ja, das würde uns wahrscheinlich auch so gehen, dass wir uns mit 10, 20 Milliarden so ganz wohlfühlen würden. 325 Milliarden bezogen auf eine knapp eine Billion Marktkapitalisierung in den US-Dollar. Es schwankt in den letzten Tagen jetzt einfach mal, mal ist es drunter, mal ist es drüber. Also ungefähr eine Billion heißt eben einfach, dass ein Drittel im Moment der Marktkapitalisierung in Cash liegt. Boah, das ist dann schon eben ganz schön ordentlich. Und es ist ja eigentlich davon auszugehen, so wie er aktiv ist, dass es eher noch ein Stück mehr wird. Denn ganz generell sind die amerikanischen Börsen und bestimmte Unternehmen auch in seinem Portfolio eben schon ganz brauchbar bewertet. Und ja, eine Apple ragt da eben aktuell schon einigermaßen hinaus. Denn die Aktie ist im Moment mal eben mit einem Ist-KGV von 33,4 unterwegs. Und das ist dann schon ganz ordentlich für ein Unternehmen, bei dem davon ausgegangen wird, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 6,7 Prozent pro Jahr und der Gewinn um 10,6 Prozent pro Jahr steigt. Was ja insbesondere, auch das hatten wir ja schon verschiedentlich, Christian, auch nochmal durch Aktienrückkäufe mitgetrieben wird. Ja, wird immer weniger. Die Apple-Aktie wird quasi ein knapper Wert. Ein knappes Gut. Ich kann dir aber sagen, es sind noch Milliarden davon da. Ja, es gibt ja auch Kryptowährungen, die dann auch weniger werden. Da wird dann immer irgendwie was vernichtet. Ja, und es ist schon irgendwie wie beim Bitcoin auf sich gekappt. Mehr kann es nicht werden. Und es wird ja auch immer wieder was verloren. Ja, und das ist ja irgendwie bei Apple auch so. Es ist ja limitiert, das Angebot. Und vielleicht sehen wir insgesamt auch im S&P eine Bewegung nach dieser Nachfrage nach unternehmerischen Sachwerten, die eben auch nicht so beliebig reproduzierbar sind, wie das beispielsweise bei Papiergeld der Fall ist. Also wenn wir doch diese ganze Trump-Agenda mal subsumieren, dann stellen wir doch fest, es wird darauf hinauslaufen, dass wir das schuldenfinanzierte Wachstum, was wir in den letzten vier Jahren unter Biden ja schon gesehen haben, nochmal quasi auf Steroiden haben werden. Es wird noch mehr Geld in die Wirtschaft in America first gepumpt. Es wird durch die Steuererleichterung noch mehr Geld an die Börsen kommen. Und in einem solchen Szenario werden ja dann auch nicht zuletzt durch Rückkäufe gute, qualitativ hochwertige Unternehmen als Sachwert entsprechend geschätzt. Weil auch die kannst du nicht beliebig vermehren. Ja, aber ich muss jetzt schon mal nachfragen. Also ich meine, wie siehst du dann dieses Thema? Also wie sieht dann so die Perspektive bezogen auf fünf bis zehn Jahre aus? Also über die Präsidentschaft von Trump hinaus? Weil wenn du jetzt meine eigene Meinung auch noch unterstützt, dass der wie verrückt nochmal neue und signifikant mehr neue Schulden aufnehmen wird, gleichzeitig aber die Steuereinnahmen senkt. Okay, da kommt vielleicht von China zukünftig ein bisschen mehr mit dazu. Ja, und der Kuchen wird insgesamt größer. Das sollte man auch nicht vergessen. Welcher Kuchen? Na, der wirtschaftliche Kuchen, auf den die Steuer dann erhoben wird. Ja, ob das am Ende reicht, diese Staatsverschuldung im Zaum zu halten, wage ich zu bezweifeln. Aber Christian, glaubst du, dass das, was in den letzten 45 Jahren von Politikern seit Reagan immer wieder versprochen wurde und die Stadtbekommen hat, dass das jetzt stattfindet? Es hat ja zeitweise funktioniert. Wir haben beispielsweise unter Clinton eine signifikante Konsolidierung des Budgets gesehen. Die traue ich jetzt Trump nach dem, was er bislang im Wahlkampf gesagt hat, nicht zu. Aber du hast ja gesagt, wir schauen über zehn Jahre und auf zehn Jahre würde ich es nicht ausschließen. Und wir sollten es auch nicht so tun, als wenn der Präsident, den man ja hierzulande gern jetzt so ein bisschen verklärt, nämlich Biden hat im Motto, ach, jetzt kommt der schlimme Trump. Und Biden war ja so wunderbar. Also ich meine, Biden hat in Zeiten nach der Pandemie ein brutales Defizit eingefahren. Und zwar auch eine Wirtschaft, die ohnehin lief, wurde nochmal durch zahlreiche Maßnahmen so richtig gepusht. Also auch da... Und der hat America First im Übrigen auch fortgesetzt und zwar sehr, sehr konsequent. Genau, also viel konsequenter, als Trump es in seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Das darf man auch nicht vergessen. Trump hat in der ersten Amtszeit sehr viel über America First geredet. Er hat ein paar Posterprojekte angeschoben. Aber derjenige, der America First und wortwörtlich Biden-American richtig durchgezogen hat, war der angeblich so gutmütige, tattrige Opa Biden. Also das darf man nicht vergessen in der Rückschau auf diese Jahre von Biden-Harris. Nein, ich glaube, wir sehen in den USA ein, wieder mal ein Experiment, was Volkswirtschaft angeht. Und die Frage ist immer, wie positioniert man sich in einem solchen Experiment? Und ich bin ja der Meinung immer, es ist wie es ist, es gut wie es gut und es hat noch immer gut wie lange. Und das Beste ist, sich für die entsprechenden Szenarien zu rüsten und entsprechend breit aufzustellen. Und breite Aufstellung heißt hier für mich keine Klumpenrisiken im Aktiendepot. Also ich bin froh, dass ich keine 26 Prozent habe, aber ich bin auch kein High Conviction Investor in der Apple. Eine breite Diversifikation, gerade über Sektoren, ist ein wichtiges Thema, weil wir auch 2016 gelernt haben, es ist extrem schwierig, Sektoren für so eine Präsidentschaft anhand der politischen Agenda zu antizipieren. Also 2016 hieß es ja auch, von Trump profitieren werden die Ölwerte, die Rüstungswerte, die Nebenwerte. Das waren nach vier Jahren diejenigen, die am schlechtesten abgeschnitten hatten. Was lief? Big Tech hatte vorher keiner auf dem Zettel. Also insofern würde ich auf diese Festlegung verzichten und bin nach wie vor ein großer Fan der sektoralen Diversifikation und wir haben ja erst vor zwei Wochen darüber gesprochen oder nee, letzte Woche war es noch, ob man das jetzt mit einem S&P 500 oder mit einem S&P Equal Weight macht oder halt entsprechend mit den weltweiten Produkten, in denen Amerika so oder so die Führungsrolle annimmt. Und dann kann man immer noch gucken, was packt man dazu? Kurzfristige Investments im Zinsbereich, wobei man immer, wenn man in den USA investiert, sich klar machen sollte, das bisschen mehr an Zinsen kann schnell weg sein durch eine Wechselkursveränderung. Lass mich da mal ganz da kurz einhaken, einfach weil wir das Wechselkursthema, Christian, noch gar nicht besprochen haben, dass der Dollar heute am 6.11. ja an Wert zugelegt hat, aber eigentlich nach dem, so wie man Trump beurteilt, eigentlich eine Währungsabschwächung wahrscheinlicher erscheint durch die ganze Verschuldungspolitik, oder? Ja, ja oder nein, aber also solange du, solange du höhere Zinsen hast, solange du dieses Zinsgefälle hast, ja, steigende Zinsen hier in, Marktzinsen, da in den, in den USA und in Europa aufgrund der da niederliegenden Konjunktur weiter sinkende Zinsen, naja, da wird der Dollar doch eher zur Stärke tendieren, ja, das ist, du kannst auch sagen, du kannst auch sagen, du kannst, ja, genau, das weiß man eben nicht und deswegen ist es mit diesen Prognosen ja auch so schwierig, weil wir uns genau in diesem Spannungsfeld bewegen, folglich sage ich dir doch, lass das prognostizieren sein, es bringt eh nichts, ja, sei bei, sei bei Peter Lynch, wie hat er so schön gesagt, wenn du im Jahr 15 Minuten auf Makro verwendest, dann hast du 12 Minuten deines Lebens verschwendet, ja, also lassen wir es doch sein und stellen uns auf und sagen, naja, also wir sind bereit, dieses US-Währungsrisiko zu tolerieren bei Aktien, weil es ja da auch teilweise neutralisiert wird, weil wenn es für meinen Aktienwert schlecht ist, ist es für global aufgestellte Konzerne in der Bilanz wieder gut, weil sich die Effekte teilweise umkehren und neutralisieren, aber im Anleihenbereich kann man dann ja vielleicht eher sagen, okay, da muss ich nicht in den Dollarraum gehen, mir nicht diese zusätzlichen zwei Prozent holen, sondern da sage ich, bin ich vielleicht eher ein kurzfristigen, wir haben mal eine Sendung gemacht über iBonds, über generell Laufzeit-ETFs mit einer fixen Ablauffrist mit Anleihen, die dann nur innerhalb dieses Jahres fällig werden und dann wird der ETF zurückgezahlt, sowas ist eine Möglichkeit und auch Gold ist in so einem diversifizierten Multi-Asset-Ansatz ja weiterhin ein Element, auch wenn es heute mal wirklich gezeigt hat, Gold kann doch noch fallen. Also ich merke, dass ich wirklich den ganzen Tag kaum auf irgendwelche Kurse geguckt habe, weil ich irgendwie den ganzen Tag dann A dann im Job und B dann auch noch unterwegs war, parallel war ich noch über Pioneer 2 und habe mir die US-Wahl noch mal von Julius van der da ein bisschen erklären lassen, aber dieses Thema, dieses Thema von Zinsen und den unterschiedlichen Entwicklungen, also ist eben auch vor dem Hintergrund der Schuldensituation besonders wichtig und ob man dann in der Tat vernünftig in der Lage ist, die Währungsentwicklung so zu prognostizieren, hängt ja dann eben auch noch davon ab, wie die Gläubiger mit dem US-Dollar umgehen und die USA sind beispielsweise nicht in der erfreulichen Situation Japans, dass sie das Geld von Inländern größtenteils bekommen, sondern Wenn wir mal gucken, wenn wir mal gucken, ist ja schon seit langem eine outrageous prediction von der Sachso Bank, ich glaube vor zwei Jahren oder vor drei Jahren erstmals, dass es irgendwelche Incentives gibt, für Bürger, wenn sie Treasuries kaufen. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber auch das sind so Szenarien und wenn wir am Ende das diversifizierte Depot nehmen, glaube ich, steht man da immer noch ganz gut und eins ändert sich ja nun auch nicht. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, dieses It had no immer jodje jange. Da kicke ich ja dann gerne mal so einen drüber, so nach dem Motto, ja, du wirst die Risiken nicht sehen, du blendest die Risiken aus. It had no immer jodje jange. Aber nicht von mir. Nee, 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 aber kriege ich so. In sozialen Medien habe ich gestern auch wieder gepostet, kam auch so ein Kommentar. Da muss ich dann auch gleich schon sagen, nee, es hat nichts mit dem Ausblenden von Risiken zu tun, sondern einfach damit, dass ich einen gewissen Grundoptimismus habe, dass wir als Menschen mit einer gewissen Ratio, einem gewissen Genius und einer Portion Empathie in der Lage sind, unsere Welt langfristig eben doch sukzessive besser zu machen. Ja, und wenn ich daran nicht glauben würde, dass das Beste noch vor uns liegt, dann wäre ich ja kein Aktionär. Dann wäre ich Prepper. Ja, und das hat Rosling ja in seinem Buch auch sehr, sehr schön zum Ausdruck gebracht, dass diese langfristigen Statistiken eben sehr, sehr klar zeigen, dass es eben immer besser wird, auch wenn man ganz, ganz viele schlechte Entwicklungen hat und natürlich ist es dramatisch, was da gerade in Spanien passiert, aber auch damit wird man irgendwann lernen umzugehen mit den klimatischen Entwicklungen eben auch, die wir uns selber eingebrockt haben oder für die, die eben nicht daran glauben, für die uns das Wetter eben gerade was einbockt. Ist eigentlich relativ egal, aber diese Schadensgeschichten, die wird es auch weiterhin geben und trotzdem wird die Menschheit in ihrer Gesamtheit damit klarkommen. Ich kann jetzt auch Untergang ständig zum Nukleus meiner Gedanken machen. Ich kann das ständig drum kreisen, alles geht in die Binsen, alles geht kaputt. Ja, muss ich sagen, wenn ich das mache, wird mein Leben dadurch besser? Nein. Kann ich dadurch, dass ich so viel negative Energien produziere, irgendetwas ändern? Nein. Also insofern, es bringt mir gar nichts. Insofern behalte ich mir meinen Optimismus völlig unabhängig davon, wer gerade Präsident ist und gerade mit Blick auf die Aktienmärkte und du hast ja auch gerade so gesagt, ja, wie sind denn so die Renditeziele oder so? Da gibt es ja auch noch eine interessante Statistik, ich hätte die dieser Tage schon gepostet. Der Charlie Belelli hat sich das mal angeguckt für die Jahre seit der Great Depression, also seit den 1930er Jahren, fast ein Jahrhundert. Seitdem hat es tatsächlich unter jedem Präsidenten in den USA per Saldo steigende Aktienkurse gegeben. Unter jedem, egal ob er jetzt vier oder acht Jahre am Ruder war, ob es ein Republikaner oder ein Demokrat war, eine einzige, Ausnahme war der bemitleidenswerte George W. Bush, bei dem wir wieder mal sehen, Timing is a bitch, denn der war Präsident, als die Dotcom-Bubble platzte, als der 11. September sich ereignete und dann als Amerika aus der Suprime in die Finanzkrise schlitterte. Herzlichen Glückwunsch, der hat wirklich einen Minus, aber alle anderen haben ein Plus da stehen. Dann haben wir noch ein Thema, was in den letzten Monaten und Jahren immer wieder angesprochen wurde, was wir auch immer wieder in den Sendungen hier hatten, das Thema Nebenwerte und die katastrophale Underperformance, die wir in verschiedenen Märkten seit Jahren haben und heute, und da muss man dann eben schon sagen, ist das ein Sturm im Wasserglas oder was ist es eigentlich? Heute war es nun so, dass für den Russell 2000 irgendwie sowas zu kommen schien, wie die Zeit des Erwachens, also wo ähnlich wie in dem Film diesem Markt zumindest mal ein Medikament eingeflößt wurde und wo er gesagt hat, so hoppla, oh, es geht wieder, ich kann jetzt auch steigen und das haben die Nebenwerte getan, aber Christian, davon, davon auf eine generelle Trendumkehr am Wahltag zu schließen, ist vielleicht ein bisschen arg früh, oder? Ich weiß nicht, du bist ja der ganz große Nebenwerte-Fan. Aber ich würde trotzdem abwarten, bis es ein bisschen ein bisschen länger bestätigt. Ja, ich bin ja da, ich bin ja bei Nebenwerten inzwischen so ein ambivalentes Thema. Ich finde das grundsätzlich ja auch wegen der Bewertung, wegen der breiten Dimensifikation, finde ich das Thema ja auch interessant. Es ist ein interessantes Gegengewicht zu den Mega-Caps, die die Indizes dominieren. Ich glaube auch daran, dass es ein interessantes in Anführungszeichen Jagdrevier ist für aktive Manager in Europa, vielleicht noch ein bisschen mehr als in den USA. Aber ich stelle mir halt dann wirklich die Frage, sind Nebenwerte nicht gerade in dieser komplexer werdenden Welt häufig auch mit regulatorischen Themen stärker gefordert, bisweilen überfordert, zumindest mal auf der Kostenseite? Und was heißt eigentlich die Entwicklung auf der Zinsseite für Nebenwerte? Denn gerade wenn wir da mal auf diesen Russell 2000 schauen, stellen wir ja fest, also über 40 Prozent der Unternehmen sind nicht profitabel, da ist sehr viel, ja irgendwie so, man könnte sagen, Bodensatz dabei. Auf jeden Fall Unternehmen, die auch eine recht hohe Verschuldung haben, vielfach kleinere Unternehmen mit einem hohen Anteil variabler Verzinsungen. Und wenn die Zinsen nicht runterkommen, dann wird es für die kleinen Werte da entsprechend schwieriger hoch zu kommen. Also wenn wir über Nebenwerte sprechen und ein bisschen Qualitätsanspruch mit drin haben, sind wir wahrscheinlich eher beim S&P 600. den Russell 2000 würde ich explizit nur dann ins Visier nehmen, wenn ich explizit von sinkenden Zinsen ausgehe, weil dann hat der sicherlich noch mal ein Turbo wegen der Unternehmensqualität. Aber naja, also mich hat dieses ganze Thema Nebenwerte so erinnert an vor acht Jahren. Da war nämlich, als Trump überraschend gewählt wurde, auch Nebenwerte ein Trump Trade und in der Tat so für drei Wochen sind Nebenwerte bedeutend besser gelaufen als der S&P 500. Für drei Wochen habe ich eben ja gesagt, dann war es schon wieder Essig mit der Herrlichkeit und deswegen das muss bestätigt werden. Genau, genau und wir werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch immer mal wieder schauen, gibt es da etwas, was so aussieht wie eine Trendwende zumindest in bestimmten Märkten oder eben nicht. Wir haben ja auch bei der Thematik jetzt vor einer Woche mit dem Equal Rate besprochen, dass jede Investmentstrategie im Grunde genommen auch ihre Zeit hat und in den letzten Jahren war es eben so, dass Nebenwerte nicht so gut liefen. In Deutschland hat es sich relativ stark manifestiert in dem Moment, als der deutsche Aktienindex von 30 auf 40 Werte vergrößert wurde, wo dann auf einmal der MDAX zu einer sehr, sehr deutlichen und eben seitdem andauernden Underperformance angesetzt hat und ja, an anderen Stellen ist es eben anders, aber auch da kommen wieder andere Zeiten, nur weil der S&P 500 in den letzten Jahren eben deutlich besser gelaufen ist als der eben schon angesprochene S&P 600 heißt es eben nicht, dass es nicht auch wieder mal eine längere Phase geben kann, wo das genau umgekehrt läuft, weil nämlich auch auf die großen Unternehmen vielleicht nicht unter dieser Administration, aber eben unter einer der kommenden Administration wieder etwas andere Daumenschrauben, ob nun auf der steuerlichen Seite oder auch auf der regulatorischen Seite angesetzt werden. Aber was jetzt erstmal zu erwarten ist, ist da für alle Unternehmen in den USA ein stärkeres Locker. Ja, beide Daumen hoch, keine Schrauben dran, also sowohl der Steuer Daumen hoch, als auch der regulatorische Daumen hoch. Also ich denke auch dieses Thema Beschneidung der Macht von großen Plattformen, Technologie Konzernen, das ist auch mit Trump jetzt erstmal im Hintergrund. Also außer sie kommen im Doof, aber es geht jetzt erstmal darum, dass Amerika an erster Stelle kommt, dass Amerika stärker wächst noch und dass vor allem Trump dieses America First entsprechend umsetzt. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Amerika gesprochen, amerikanische Aktien, einige Einzelwerte genannt. Wir sollten aber Tobias zum Schluss nochmal auf uns gucken, auf uns selber. was heißt eigentlich die Präsidentschaft Trumps jetzt für Europa und zwar nicht jetzt diese Szenarien, die unsere, man muss ja jetzt schon sagen, frühere Regierung immer so gespielt hat, sondern gucken wir einfach mal ohne diese Narrative ganz rational darauf, dann stellen wir ja auch am Wahltag fest, dass Börsianer wahrscheinlich nochmal nachgedacht haben, weil heute Morgen direkt zur Eröffnung die Märkte in Europa relativ fest, über ein Prozent im Plus und dann düdelte es den ganzen Tag so runter, obwohl sich die Fakten nicht geändert haben, als wir in Deutschland die Börse aufgemacht hatten, war Trump schon vor die Presse getreten, das Ding war durch und dann düdelte es runter, man hatte so ein bisschen den Eindruck, man konnte den Börsianern beim Nachdenken zugucken und je länger sie nachdachten, umso mehr haben sie festgestellt, oh, das ist nicht gut. Bei den Autos hat man es sehr frühzeitig gesehen, da kamen ja auch noch schlechte Nachrichten von BMW hinzu, aber auch ansonsten, die Stimmung hat im Laufe des Tages merklich nachgelassen. Ja, und das ist ja auch eine Parallelität zu verschiedenen starken politischen Ereignissen, man erinnere sich mal an den Brexit-Tag oder im Übrigen auch an den letzten Wahlsieg von Donald Trump, wo die Börsen auch diverse Kapriolen geschlagen haben und grundsätzlich war es eben erst mal so, nach dem Motto, ja, wirtschaftsfreundlich und dann wurde offenbar erst mal Geld schnell in irgendwelche DAX-Futures reingeschaufelt und dann hat man gemerkt, Moment mal, das ist ja ganz schön, aber wenn wir an diesen Präsidenten glauben und daran, dass er für Unternehmen etwas Positives bringt, dann sind es tendenziell eben nicht die in Europa und auch nicht die in Asien, sondern dann sind es vor allen Dingen die in den USA und ja, entsprechend hat sich das dann relativ schnell eigentlich wieder verschoben, also der, die Euphorie des ganz frühen Handels hat sich dann sehr, sehr schnell gelegt und ist dann eigentlich bis jetzt, zumindest bis vor Aufzeichnungen, das Beginn dieser Sendung nur in den USA übrig geblieben. Wie siehst du das? Du bist ja jetzt eigentlich eher so in der Fraktion, ich sag mal MSCI Ex-USA, ja? MSCI World Ex-USA, genau. Also du sagst, die USA sind ja zu teuer, so, da musst du jetzt sagen, okay, es bleibt ja dann jetzt nicht so viel, bist ja jetzt auch nicht derjenige, der jetzt so mit voller Kanne China oder Lateinamerika was macht, ja, ich glaube Japan, bist du ein bisschen dabei, aber ansonsten ja schon Europa, sagst du jetzt, okay, ist eigentlich egal, ob das jetzt nochmal kritischer wird, ob Europa da nochmal stärker herausgefordert wird durch Trump oder sagst du vielleicht sogar, naja, das ist der Schuss, den Europa jetzt wirklich gebraucht hat, um zusammenzurücken und um auch eine Industriepolitik zu machen und um dafür zu sorgen, dass man weder geopolitisch noch wirtschaftlich zwischen diesen beiden Blöcken, nämlich auf der einen Seite USA, auf der anderen Seite China mit ihrem Protektionismus und ihren hohen Subventionen zerreden zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich bei der Fragestellung komplett zerrede, ist relativ hoch, weil das ist schon sehr, sehr umfassend und natürlich bin ich da auch in zwei persönlichen Stimmungslagen. Ich bin a in einer politischen und in einer geopolitischen Stimmungslage, da finde ich die Wahl dieses Präsidenten, natürlich empfinde ich die da als absolute Katastrophe. So, als Börsianer sage ich jetzt zunächst mal, okay, für das, was in den USA passiert, ist es gut, für das, was in Europa passiert, ist es vielleicht nicht so ideal, aber da müssen die Unternehmen dann eben mit klarkommen und sich den Herausforderungen stellen. Speziell bei der deutschen Automobilindustrie macht mir der US-amerikanische Präsident-Elect aber signifikant wenige Gedanken, wie die zahlreichen Strategieverfehlungen deutscher Automobilhersteller, die wir hier auch in den letzten Jahren schon regelmäßig besprochen haben und wo wir auf eine Art und Weise mittlerweile dann eben auch Recht bekommen, wie wir es uns beide nie gewünscht haben. So, jetzt kommt es aber dazu, dass ich beim geopolitischen eben in irgendeiner Form auch hingeblieben bin und ich war ja letzte Woche in Polen in einem einwöchigen Urlaub und habe in Danzig eben das Museum zum Zweiten Weltkrieg besichtigt, was für den Deutschen an sich jetzt keine großartige Neuigkeit ist, aber ein Museum zum Zweiten Weltkrieg aus einer polnischen Perspektive mal zu sehen, war vor dem Hintergrund schon ganz erhellend, dass da keineswegs und aus der polnischen Historie natürlich total verständlich nur die Deutschen sehr kritisch gesehen werden, sondern eben auch die Russen und da kommen wir dann wieder bei der aktuellen, bei dem aktuellen Krieg, der in der Ukraine stattfindet und bei den, bei den russischen Bemühungen zurück in die Grenzen der UdSSR oder auch des alten Zarenreichs zu schlüpfen an und sind da dann eben ganz, ganz schnell beim Thema Verteidigung und dem, was Trump eben auch in der letzten Präsidentschaft schon intensiver gefordert hat, they have to pay their bills, eine der ganz wenigen Forderungen, für die ich relativ intensives Verständnis hatte, auch mit der Deutlichkeit, mit der er sie da vorgetragen hat, aber die Europäer, also wir, wir sind ja da in den letzten vier Jahren der Biden-Präsidentschaft gar nicht wirklich weitergekommen, wir haben da gar nicht weiter gedacht, sondern wir sind im Grunde genommen weiterhin, man kann auch wirklich so formulieren, auf Gedeih und Verderb der militärischen Unterstützung der USA im Rahmen der NATO angewiesen und das ist etwas, was unter geopolitischen Gesichtspunkten in Europa für mich ein ganz, ganz großes Problem ist, denn die Thematik, die haben wir in der Sendung jetzt im Grunde genommen auch noch nicht thematisiert, aber natürlich muss man sich auch mal ganz kurz daran erinnern, dass Trump im Präsidentschaftswahlkampf auch sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass er sehr, sehr schnell ein Deal mit Putin zum Thema Ukraine-Konflikt herstellen wird und das ist das Nächste, wo ich ja nicht weiß, ob ich ängstlich sein soll oder ob ich optimistisch sein soll. Ja, da würden wir wie an so vielen Stellen genau schauen, ob er denn auch geliefert hat, aber dieses Thema der europäischen Aufrüstung, das wird uns erhalten bleiben und ja, da sind wir wieder bei Aktien, die du nicht magst, bei denen ich seit langer Zeit engagiert bin, nämlich der Rüstungssektor, der wird auch mit Blick auf den ganzen Themenkomplex ESG, ja, Sicherheit auch unserer Umweltziele, unserer Klimaziele sehr, sehr relevant weiterhin werden und klar ist auch, wenn die Europäer ihre Verteidigungsausgaben aufstocken, weitere Waffensysteme anschaffen, das kann ja die europäische Rüstungsindustrie gar nicht selber alles leisten, was da angeschafft wird, also da wird dann auch ein Großteil des Budgets doch wieder Mangels Alternativen, weil einfach genügend Ressourcen da sind, genügend Technologien in den USA landen, also in dem Moment, wo Trump da Druck macht, stärkt er auch wieder seine eigene Rüstungsindustrie, das wird definitiv ein Punkt sein und den haben wir ja heute auch schon wieder in den Kursen sehen können, Rüstungswerte zählten, gerade auch in den USA beispielsweise eine Lockheed Martin sofort zu den Gewinnern. Genau und das bleiben dann eben Gewinne, auf die ich weiterhin verzichte, muss ich sie mir eben woanders wollen, das ist dann eben eine Anforderung, die irgendwie ist und wenn sie dann eben nicht kommen, dann werde ich das irgendwie auch verkraften, aber die diese Investments bleiben für mich etwas, was ich eben nicht machen möchte. Und das haben wir ja auch oft genug besprochen, das ist eben wie so vieles eine Frage der persönlichen Maßstäbe. Und wir streiten uns im Übrigen darüber wirklich nicht, also einige glauben uns das ja immer nicht, die kommen dann immer auf die Messen auch mal zum, aber wenn der Christian, das kannst du doch gar nicht akzeptieren, doch, das kann ich akzeptieren, ich mache nämlich, ich mache auch ganz viele Sachen, die Christian möglicherweise auch mal merkwürdig findet und da hält er mir auch keine Vorträge zu und macht mir Vorhaltung und genau so ist es eben generell auch ganz gut, wenn man ein bisschen Verständnis und damit geht man auch ein bisschen entspannter durchs Leben im Übrigen. Tja, und während wir jetzt gerade miteinander geplaudert haben über die USA, ist der Kanzler vor die Presse getreten, hat nicht nur erzählt, dass er Herrn Lindner rausgefeuert hat, sondern er wird die Vertrauensfrage stellen und wir werden im März dann höchstwahrscheinlich Neuwahlen haben, glaubst du? Am Tag der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft mit großer Wahrscheinlichkeit. Das ist wann? Das ist Anfang März, also ich glaube 7. März oder irgendwie sowas ist das, aber da war es dann, das wurde letztens in einem der Politik Podcast, die ich höre, thematisiert, aber Robin Alexander von der Welt und Gordon Repinski von Politico und auch Michael Bröker von Table Media werden das bis Freitag, bis ihr das von uns hört, wesentlich besser. Also Anfang März, du kannst doch nicht am 2. März eine Bundestagswahl machen. Da ist Feiertag, das ist Karneval. Ja, dann musst du da eben zur Wahl gehen. Also die werden es ja hoffentlich nicht so machen, dass die da, ach naja, ist es egal. Glaubst du, dass es sich an der Börse in den nächsten Wochen und Monaten in irgendeiner Form niederschlägt, dass wir eine neue Regierung bekommen? Wenn dann gut. Also ja, 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 es kann ja sein, also wir wollen ja nicht darüber zu reden, dass der DAX jetzt nicht ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft ist, ja, sondern es geht eigentlich eher auch wieder nochmal um das Thema vielleicht ganz zum Schluss Small Caps, ja, wir stellen ja fest, dass Small Caps eigentlich schon ganz gut wirtschaftliche Verhältnisse reflektieren, wenn wir mal bedenken, in den letzten drei Jahren haben die Small Cap Indizes von Deutschland und Frankreich tatsächlich ein Minus gehabt von 20, 30 Prozent, sauber auf die Münze bekommen, während Italien und Spanien, ja, also der einzige Clubmate, ja, über den wir ja vor 15 Jahren in der Euro-Krise noch böse hergezogen haben, jetzt ja wirtschaftlich dynamischer sind und tatsächlich auch bei den Small Caps ein dickes Plus steht für die letzten drei Jahre. Glaubst du, dass also die Small Caps da irgendwie schon mal so vorzeitlich so einen Dreh nach oben kriegen, weil also MDAX, SDAX, das waren ja über lange Jahre performance starke Indizes und in den letzten drei Jahren reflektieren sie im Grunde die Schwierigkeiten des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Also ob die Politik dafür ein Katalysator sein wird, dass das geschieht, ganz ehrlich, das kann ich null einschätzen, traue ich mir auch wirklich nicht zu. Da, das, 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 das funktioniert nicht. Also für mich ist einfach ganz, ganz klar, dieses Thema wird, wird in den, wird in bestimmten Bereichen das Thema Multiple Expansion und Multiple Depression oder Degression weiter, weitergespielt oder hat es endlich mal ein Ende. Aber generell glaube ich, in dem Moment, wo, also mir, mir fängt es ja schon an, wenn ich darüber nachdenke, dass wir eine neue Regierung bekommen, fängt es ja schon an, dass es mir besser geht, ohne dass ich weiß, welche farbliche Konstellation die haben will. Und der Scholz sollte sich mal bei einer Sache nicht so ganz sicher sein. Der sollte nicht zu 100% davon ausgehen, dass er dem Lindner da nie wieder über den Weg laufen kann. Weil ich glaube schon, dass die, dass die FDP tendenziell davon auch profitieren kann, dass sie, dass sie diese, dass sie diese Regierung jetzt quasi auch durch ihr etwas rabiateres Auftreten dann quasi einem Ende entgegenführt. Und das heißt aber aufgrund der Umfrage und der, der, der erwartbaren Mehrheitsverhältnisse deswegen nicht, dass es nicht auch sein kann, dass es eine sogenannte Deutschlandkoalition dann unter CDU-Führung geben wird. und da muss der März dann eben dem, wahrscheinlich dann nicht mehr Scholz, sondern dem Lars Klingbeil an der einen oder anderen Stelle und auch dem Christian Lindner auf die Finger hauen. So und nachdem wir jetzt quasi während dieser Aufzeichnung, es ist jetzt 21.53 Uhr und somit bin ich ungefähr zu den Tagesthemen zu Hause und kann dann mal gucken, was an diesem Tag eigentlich so alles passiert ist, was ich noch nicht weiß. auch die politische Großwetterlage in Deutschland noch in irgendeiner Form mit einbezogen haben, machen wir jetzt mal das, dass wir uns auch wieder aktuell auf den Stand bringen und euch erst mal, wenn ihr es am Freitag hört oder seht, ein schönes Wochenende wünschen, wenn ihr es irgendwann später hört, dann freuen wir uns trotzdem, dass ihr jetzt eure Zeit mit uns verbracht habt, zu den USA, zu Deutschland, zu Politik, zu Aktienmärkten, zu verschiedenen Investments, wollen dabei nicht vergessen, dass es spannende Sendungen auch gibt, der Christian hat vorhin auch nochmal den MSCI World Ex-USA angesprochen, auch dazu haben wir eine eigene Sendung gemacht, wo ihr euch mit diesem Index Konstrukt und auch der ETF Umsetzung nochmal beschäftigen könnt und das macht ihr am besten ganz entspannt, bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt investiert und bleibt uns gewogen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal aus Berlin. Einde Bova es G